Grüßt euch Leute, hi, hi, der Dominik von der Kaisen Crew hier, grüßt euch, hi, es sind über 1000 Spieler und trotzdem treffe ich hier auf einen alten Bekannten und zwar Tim mit seinem Ace Deck, der hat uns ja schon bei der Kaisen Liga herausgefordert, wer das Video noch nicht kennt, checkt das gerne aus, ich verlinke es hier oben irgendwo auch mal direkt und ja, da habe ich ja mit meinem Rob Lucy Deck gegen ihn gespielt und jetzt bin ich ein bisschen stärker mit meinem Sakazuki Deck da, er wird sein Ace Deck bestimmt auch aufgepimpt haben und ja, wie das Match ausgegangen ist, das seht ihr hier, viel Spaß damit. Das sind die Mindgames. Dina, ja? Äh, ja, Iso und da ist ja. 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 Hier ist die Segel. Boah, sie hat fast schiefgegangen. Glücksbringer darf nicht fehlen, aber. Letzt two. Ähm, zwei Brandy. Du musst mir so ein bisschen sagen, was du machst. Also Brandy, drei. Navy, und was hast du genommen? Ich habe mir Chili genommen. Wie macht Minus? Minus zwei, wenn ich sie ausspiele im Restaurant. Ach, das ist der 2K. Ja. Ja, warte. Ja, da meine Lieder mit dem Tino-Motzer. Schwächt, Sabo, Torbo. Ach ja, entschuldige. Da bist du. Ich verkeh das immer mit der, also für mich eigentlich mehr, aber. Torbo. 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 So. Ja. Schlag. 喜歡. Das freut mich zu haben. 5 at Live 5 at Live Ich bin das 1. Auch? Sehr gerne. Ich was hier. Kommt da? Ich hab's gesagt. Ah, nein. Okay. Crash? For one? Okay. So, als ob ich's dir zeigen müsste, ey. Ich will natürlich ehrenhaft. Ich weiß. Ich glaub nicht. Scheiße, wie die beiden eigentlich einsetzen. Schöne mit der Karte von hier? Ein karte. 80 km. Ein karte. High flight. High flight. Once get合. 7 km. 2,5 Ich weiß nicht, hier ist die Säge Der Konrad von Slash ein Stückchen Ja Dann 5 auf Buggy, hier minus 4 Ist auf minus 3, ja? Damit stirbt sogar Ist einfach schon tot Ja, da sind noch nie Nein Ja, ja Zit wir noch Zitzen Dann Zitzen Zitzen Decken, Witzel. Plus 3000 und so unter Steck. Ich weiß aber nicht, ob ich die gegen den spielen darf oder nicht. Auf Wien? Plus 3000. Wiefern kann das da? 2, 4, 7 5 Euckels. Das ist ok. Da 9 in Laien. Hm, ich glaub den nehm ich. Kein Träger. Danke, ich hab. Geschwärts. 2 on. 7. Hast du 3 offen gelassen? Ja. Das ist gemein, was du machst. Das ist gemein, was du machst. Ja. Ich hab. Ja. Ich hab. Ist ja noch nie. Ich hab. der Spiegel ging nicht Das war's für heute. Das ist nicht das, was ich sehe. 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 Ja. Das ist nicht das, was ich sehe. Das, was ich sehe. Das ist nicht das, was ich sehe. 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 , 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 ich sehe. , was ich sehe. Ich sehe. , was ich sehe. , was ich sehe. Ich sehe. , was ich sehe. , was ich sehe. , was ich sehe. , was ich sehe. Ich sehe. Sie ist die Wege. Gleich. Aber nur gleich. Hat das rein Humelefon. Aber auch nur gleich. Vielleicht aber auch nicht. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Was ist der Fleisch? Sieben so auf du. Kann minus vier. Vier oder weniger. Dann spielst du bestimmt wieder so eine Beckerzeit. Kein Trigger Was hast du jetzt gemacht? Lusches Effekt, muss ich 3 Grad unter das Deck mischen. Darf der Gegner die Sehnen eigentlich? Ich muss ja vom Friedhof hin unter das Deck mischen. Krieg mir jetzt eh nix, aber komm mal raus. Du kriegst die schon mit. Du hast keine 3 Tonnen offen lassen. Keine 3 Tonnen offen lassen. 1, 2, 3, 4, 6. 5, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 11, ... Ja, das ist gut, oder? Ja, das ist gut, oder? Ja, das ist gut, ja. Was ist gut, oder? Ja, das ist gut. I'll go back to work. Ja, das ist gut, oder? So, ich werde auf, das ist gut, oder? Ja, ich werde auf den Einzelnen. Das heißt, ich werde auf den Einzelnen. Ja, das ist gut, oder? Weil ich keine Ahnung, wenn ich die Bedeutung. Das ist das Wettbewerb. Schöne 1.5 km 1.5mm 1.5mm Moin. Was war's? Oh. Ich hab halt überlegt, ich hätte auch safe spielen sollen. Immer die Regel spiel safe. Nicht, wenn du so einen großen Angriff hast. Das ist schon was passiert. Eigentlich nicht, gell? Wenn ich den 9er schon nehme. Warte, ich wollte eigentlich noch was sagen. Aber gegen dich kann ich das nicht bringen. Also ich bin hier, um Ace zu rächen. Ich hab Sakazuki besiegt. Aber ich wollte nicht dich besiegen. Ich finde das Match auch besser. Ich kann mich nicht freuen. Ich finde das Match auch besser als für dich. Ja, na klar. Ich bin hier, um Sakazukis zu glauben. Keiner glaubt das. Das ist ein guter Counter. Das Problem ist, wir machen beide das gleiche. Du hast Rush. Ich hab Rush. Dann kriegst du aber Bodies auf dem Feld, die ich aber halt schießen kann. Also ich hab jetzt mal überlegt, als wenn du jetzt nochmal einen Ace und Firefist gehabt hättest. Hättest du einen Ace gehabt, zwei Angriffe wieder. Wo ich nur einen hätte counteren können. Ich musste gegen Dome spielen. Das ist scheiße. Du hast zu geschaut und dann hab ich gesehen, dass ich meine Gegner spielen kann. Okay. Zum Konzen. Ich hatte auch die ganze Zeit Angst gegen dich zu spielen. Bei mir schweißt. Ja, wahrscheinlich passiert's. Däremschung. Von Däremschung hat alles in der Näheisende chef. Der ist macht nassen Jahrtierst du MiddMA.